die aurela hat jetzt erst mal schön mittag gegessen sie ist immer noch alleine weil sie auch fettläufig ist und um auch einfach ihre verdauung gut im auge zu haben sie hat immer noch durchfall aber nicht mehr so schlimm wie zu anfang also ganz leichte konsistenz bildet sich da auch zwischenzeitlich schon ich finde sie hat auch schon ein kleines bisschen zugenommen ein kleines bisschen das blutunterlaufende auge hier ist jetzt auch normal geworden ganz verschmuste eine ganz verschmuste kleine auch sehr schuppig ist sie das wird sich alles im hofe der zeit wird sich das schon regulieren ja es dauert aber ich würde sagen es geht leicht bergauf du hübsche 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 ja ja Vielen Dank.